Die Malerei. Bereits hunderte Jahre dient sie als Ausdruck von Emotionen und Ereignissen und hat wichtige Geschehnisse für die Nachwelt unsterblich gemacht. Die Sternennacht von Van Gogh, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci oder das letzte Abendmahl vom selben Künstler haben sowohl den Zeitgeist konserviert als auch deren Schöpfer unsterblich gemacht. Und so wurde das bisher wertvollste Gemälde, Salvador Mundi, auch von Leonardo da Vinci, für unglaubliche 382 Millionen Euro versteigert.